Wieso A-Level abgeschlossen? Kann man nicht sagen. Ja, ist okay. A plus wäre besser oder S, aber müssen ja erstmal wieder reinkommen. So, jetzt können wir schon deinem anfangen. Dann machen wir erstmal Rollenwechsel. Willst du gleich die Starry Mission machen? Ja, ich dachte schon. Okay. Ja dann, lese. Hallo Jamie, aka der Typ unserer Technologie. Hi, anonymer, einfacheres Lexik-Kult. Wie du vielleicht schon vermutet hast, hast du es geschafft zu uns zu unserer Waggle-AI zu erlangen. Waggle, Waggle, Waggle. Die du dann an unseren Genetik-Konkurrenten weitergegeben hast. Es ist in Ordnung, wir geben dir keine Schuld. Wir wissen, dass es dein Job ist. Welches ist das? Gleich und gleich gesellschaftlich, ich verstehe. Du wirst deinen Fehler beheben, aber nicht indem du einfach löscht und genetik zugespielt hast. Wir möchten, dass du die Version des Algorithmus, den sie haben, änderst. Auf diese Weise werden alle ihre Markthochrechnungen falsch sein. Hm. Sehr gemein. Nein, das werde ich nicht. Ich habe meinen eigenen Moralkodex. Ich habe mir nicht zu professionellen Regeln gemacht, nicht für beide Seiten gleichzeitig zu arbeiten. Ja, das habe ich erwartet. Deshalb haben wir einen sehr lieben Freund von dir in Gewasung genommen und in der Zwischenzeit auch sein Strafregister gefälscht. Ich fürchte, wenn du kurz herauskommst, wo sich L sehr valent befindet, verbringst du möglicherweise sehr viel Zeit im Gefängnis, wenn du nicht tust, was wir verlangen. Boah, wie gemein. Wie gemein. Echt fies. Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, ich werde den Trax-Arbeit erledigen. Wie viel Zeit habe ich? Perfekt. Ich werde die Gebennisse innerhalb der nächsten 48 Stunden. Puh. Ja. Wenn wir so ein guter Hacker sind, können wir nicht das Strafregister zurückhacken? Zurückhacken? Ja, was kann ich sagen. Okay. Ja, bereit. 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 Ah, was? So. Soll ich dir einen Superhack mitnehmen? Hm. Den Superhack? Ach, dass wir ganz viel gleichzeitig? Ja. Ja, warum nicht? Also nehme ich den Superhack mit. Was war das? Schneller heruntergeladen? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Ich mache, als ob nichts gewesen wäre. Dennoch mit. Gut. Ah, du hast wieder den Ich-Will-Nicht dabei? Mhm. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob dir jetzt was bringt. Ja, doch eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Ja, klar. Habe ich mehr Zeit, um dann die Tür zu zu machen. Um dahin zu kommen, wo die Tür ist. Genau. Bringt schon einiges. Aber, äh, hast du bemerkt, dass Oster, äh, der Osterpatch ist nicht mehr drin? Oh ja, tatsächlich. Es ist, ja gut, ist ja auch mittlerweile schon mein. Jaja, aber trotzdem. Letztes Mal war der Osterpatch noch drin. Ja, jetzt ist alles wieder ein wenig wichtiger, ne? Oh, anscheinend sind die Codes viel länger, die man machen muss. Merke. I make Mr. Ring-a-Ding. Where's the Ring-a-Ding-a-Ding-a-Ding-a-Ding-a-Ding. Ah, wir müssen dann an die Tür her. D, E, F5. D, E ist gut, D, E ist gut. Und C ist auch gut. Komm mal rein. Oh, da kommt wer. Na, muss sehen. Ne, der kommt nicht. Na, mach mal oben auf. Den machst du. Komm hier oben, ist der Coffee. Na, ich brauche hier eine Firewall. Du musst hier Firewallen. Firewallie hier. Da ist die Firewall. Mach mir den Firewallie. Ich öffne dir schon mal die Tür. Ui, ui. In dieser Kantine ist nichts, oder? Ne, in der Kantine Band ist nichts. Bis jetzt läuft's noch nicht gut für uns. Keiner hat was gefunden. So, dann musst du mir wieder hier Mr. Firewall öffnen. Okay. Hier kann ich dir die Tür öffnen. Zwei Kameras. Ja, die mach ich jetzt aus. Uh, uh, uh. Ich will weg. Nein, ich bin geschnappt. An irgendeinem PC kommt er vorbei. An dem, an dem linken. An dem linken. An dem rechten jetzt. Danke. Ich mach nochmal die Kamera. Ah, dieses blöde Drecksprogramm da das eine. Wird so doof. Jetzt. So, jetzt habe ich alle ausgemacht. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein. Ich bin schon wieder. Ich konnte nicht mehr raus. Ich habe mich unzingelt gehabt. So ein Fick. Kein Problem. Ja, danke. Der schwimmt mal wieder. Ah, ist das nervig. Okay, ich versuch's. Ich versuch's nochmal da hin zu kommen. Nee. Warte, wir müssen nur an dem Flur. Ja, aber das Problem ist, ich komme ja nicht vorbei. Ich muss ja da entlang. So, jetzt mach ich erstmal hier zwischen rein. Da, das ist der, das ist der Trick. Ach, nö. Jetzt ist der andere da. Ich komme nicht hin. Jetzt. Ich komme, ich komme. Wo ist er? Hier in der Ecke. Äh, da komme ich nicht hin. Du hast mir die Firewall nicht aufgemacht. Doch, ich habe sie aufgemacht. Die ist grün. Oh, okay. Ich seh's grad. Okay, ich bin da. Äh. Ja, da unten. Ja. 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 Bestätigen X. Warte. Jetzt. Äh, meine Güte. Ah. Wenn schon wieder hektisch. So, Firewall. Shit. Da kommt einer. Da kommt einer. Da kommt einer. Da kommt einer. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Wir haben noch keine Codes bekommen bis jetzt. Was ist denn los? Einer von uns hat bis jetzt was. Hm. Okay, da oben. Ich kann ihm, ich kann ihm aber nicht ablenken den Kern. Oh, meine Klasse klemmt schon wieder. Jetzt. Warte auf dich. Hm? Ich hab 5G. 2G. 2G. 2B ist gut. Da hat er. Ich kann ihn hier ans Telefon. Wenn du da weg gehst, kann ich ihn ans Telefon holen. So. Ich hab aber echt noch nichts gefunden. Das ist zum Kotzen. Ist hoffentlich kein Bug. Doch, ich hab aber eins gefunden. Oh, oh, oh. Der andere sucht mich. McAfee sucht mich. Ich geh mal nach der unten. Vielleicht sind beide sogar angezogen. Zum Telefon. Wie lustig ist das denn? Oh, ich hab auch 2 jetzt. Alles gut. Den, den, diesen, diesen Alarm hab ich in Kauf genommen. Freiwillig. Oh, C1. Oh, ich hab jetzt auch 3. 2. Mach hier mal wieder ein Ring-a-Ding. Ring-a-Ding. Ja, geh oben nochmal durch. Ja, ich komm noch nicht hin. Okay, ich hab noch 2 offen. So. Äh, wir müssen jetzt an dieser eine Ausgangstür. Ja. Äh, 60. 60, 46. 60 ist gut. 60. Boah, das war knapp. Oh shit. Der Alarm ist da hinten. Warte, ich mach, ich mach die Kamera aus. Nein. Kann ihn leider nicht weggelocken. Das wird nix, das wird nix. Okay, geh runter, geh runter, geh runter. Ja, ist das. Wollt haben wir. Ja, ich mach die Tür zu, alles kein Problem. Äh, hä, 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 hä. Räse mich halt. Okay, ich hab nur noch eins. Die anderen musst du jetzt alle nehmen. Die anderen sind alle für dich. Guten Abend, der Herr. Guten Abend, Noctis. Grüß dich. So, ich komm noch mal zu dir. Wir hacken hier furry-like, äh, eine, eine Agentur. Firewall öffnen. Oh, ein Verhörer. Ein Verhörraum? Was verhört man, verhört man, wie, wie verhört man sich denn? Ja. Oh, McAfee kommt da grad vorbeigefahren. Oh, McAfee verschwind. Wie der Furz im Wind. So, ich bin an der Tür. Äh. 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 0,3. Was? A4? A4. 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 Sehr gut. Schau mal weiter. Hier unten aus der Tür. Da hoch komme ich irgendwie noch nicht. Wir sind ja eh schon durch. Oh, ne, du musst hier, oh, ich muss hier jetzt gleich Kameras aus der Hölle. Dabei haben wir alle noch eine Möglichkeit. Warte, warte. Das Schlimme ist, ich kann mich nicht so frei bewegen. Ich muss immer nach links und nach rechts. Ich muss mal einen Moment warten. Ich bin jetzt an der anderen erstmal. So. Oh, da ist noch einer. Ah, leck mich doch im Ärmel. So. Ich weiß zwar nicht, wer weiß dieser Gang ist. Äh. Ja, du musst mir jetzt die Hackdinge ausmachen. Warte, mach den nochmal neu. Ah. Das war knapp. Sehr gut. Bin durch. Ah, das war knapp. Ah, das war knapp. Ich warte für die Feuerwoll. Feuerwoll. D, D, D. Ja. Kriegst du. Ausnahmsweise kriegst du mal die Tür. Danke. Sehr gut. Dann kriegst du die nächste Tür. So, dann bin ich schon am PC. Ich habe A2. Erfolgreich. Didi. Das war, äh, komischerweise doch gar nicht so schwer. Ja, also für eine Gelbe, vielleicht hatten wir einfach nur Glück. Guck mal, S! Leute, S! Ich glaub wir hatten noch nie S. Ist S noch besser? Ja klar, S ist das Beste, was du kriegen kannst. Nein. Also, noch besser als S ist S plus. Das ist das Stärkste. Ich hab gedacht, A ist das Beste. Nee. Nein, nein, nein.